Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 250 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auf diesem Boot weht die griechische Flagge. Auf diesem Boot weht die griechische Flagge. Es hat geschneit. Die Bäume sind mit Schnee bedeckt. Es hat geschneit. Die Bäume sind mit Schnee bedeckt. Es hat geschneit. Die Bäume sind mit Schnee bedeckt. Heute laufe ich den Halbmarathon. Es sind nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Heute laufe ich den Halbmarathon. Es sind nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Heute laufe ich den Halbmarathon. Es sind nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Heute laufe ich den Halbmarathon. Es ist nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Ich bin viereinhalb Jahre alt. Ich werde bald fünf. Heute werde ich mich impfen lassen. Davor habe ich keine Angst. Heute werde ich mich impfen lassen. Davor habe ich keine Angst. Die neuen Gebäude haben sechs Stockwerke. Sie wurden nah am Wasser gebaut. Die neuen Gebäude haben sechs Stockwerke. Sie wurden nah am Wasser gebaut. Strom wird über Leitungen transportiert. Das dafür notwendige Leitungsnetz besteht aus vielen verschiedenen Haupt- und Nebenstrecken. Strom wird über Leitungen transportiert. Das dafür notwendige Leitungsnetz besteht aus vielen verschiedenen Haupt- und Nebenstrecken. Ich arbeite in einer Brauerei. Ich bin Bierbrauer. Ich arbeite in einer Brauerei. Ich bin Bierbrauer. Nach dem Training ist es eine gute Idee, viel Wasser zu trinken. Nach dem Training ist es eine gute Idee, viel Wasser zu trinken. Nach dem Training ist es eine gute Idee, viel Wasser zu trinken. Alina ist bereit, 100 Meter zu laufen. Es geht gleich los. Alina ist bereit, 100 Meter zu laufen. Es geht gleich los. Alina ist bereit, 100 Meter zu laufen. Es geht gleich los. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das ist nicht der richtige Job für mich. Ich brauche Hilfe beim Putzen. Das ist nicht der richtige Job für mich. Ich brauche Hilfe beim Putzen. Wir haben nur noch ein Zimmer mit Balkon frei. Soll ich es für Sie reservieren? Wir haben nur noch ein Zimmer mit Balkon frei. Soll ich es für Sie reservieren? Ich muss das Paket noch verschließen. Hast du das Adressetikett geschrieben? Ich muss das Paket noch verschließen. Hast du das Adressetikett geschrieben? Dieses Auto hat den neuesten Dieselmotor. Wir verkaufen es mit einem Rabatt von 15%. Dieses Auto hat den neuesten Dieselmotor. Wir verkaufen es mit einem Rabatt von 15%. Ich schaue in deine Ohren. So können wir das Problem schnell erkennen. Ich schaue in deine Ohren. So können wir das Problem schnell erkennen. Wenn du zum Museum möchtest, dann können wir von hier aus zu Fuß gehen. Wenn du zum Museum möchtest, dann können wir von hier aus zu Fuß gehen. Ich esse jeden Tag Salat. Dadurch fühle ich mich gesund und fit. Ich esse jeden Tag Salat. Dadurch fühle ich mich gesund und fit. Seit ich das Tablet in der Küche verwende, entdecke ich ständig neue Rezepte. Seit ich das Tablet in der Küche verwende, entdecke ich ständig neue Rezepte. Bei schönem Wetter arbeite ich im Park. Dort lasse ich mich von der Umgebung inspirieren. Mein neuer Arbeitgeber hat keine eigenen Büros. Ich arbeite, wo ich will. Mein neuer Arbeitgeber hat keine eigenen Büros. Ich arbeite, wo ich will. Mein neuer Arbeitgeber hat keine eigenen Büros. Ich arbeite, wo ich will. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Imagine. Ich habe bereits einen Like. Wir werden dir, bei denen ich wieder eineineineineineineineine liquide bereuefte. Ich habe das Daumen in. Ich habe das Daumen in. Wir haben hier die Erachtung.